Firma Aas Fensterbau und Glaserei. Seit über 100 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner im Bereich Fenster, Türen und Tore in Bamberg. Ob kleine Reparaturen oder Erneuerung der Fenster, wir beraten, planen, fertigen und montieren nach Ihren individuellen Wünschen. Der Schwerpunkt unserer Arbeiten liegt seit Jahren in der Sanierung, Restaurierung und dem Nachbau historischer Fenster und Türen für denkmalgeschützte Objekte. Mit Bleiverglasungen, Duschkabinen und Glastürelementen kompletieren wir unser Angebot auch im Bereich der Glaserei. Nach Ihren Ideen fertigen und planen wir auch Möbel und Treppen. Fenster, Glas, Holz. Aas.